Verkehrschaos, LKW kippt beim Abbiegen um Hamburg, am Mittwochmittag ist ein mit Gewerbemüll beladener LKW in Hamburg-Fädel aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. Durch die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme kommt es aktuell noch zu Verkehrsbehinderungen. Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber Tag 24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Weddeler Marktplatz-Peute-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache sei der LKW beim Rechtsabbiegen umgekippt. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort von den Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Einem Reporter vor Ort zufolge soll der LKW samt Anhänger mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und deswegen beim Abbiegen die Kontrolle verloren haben. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme ist die Kreuzung Weddeler Marktplatz-Peute-Straße aktuell noch gesperrt, so der Polizeisprecher. Untertitelung des ZDF, 2020